Moin Leute, hier zurück bei Call of Duty Vanguard mit der Map Subpens Herrschaft 10 vs. 10 Ja, die Map habe ich noch nicht gespielt, habe ich schon mal gespielt? Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin mir sehr unsicher gerade. Kann sein, dass ich schon mal gespielt habe. Es sind ja 20 Maps, die kann man auch mal nicht alle gespielt haben. Ich muss mit der MG42 spielen, weil dadurch kriegt mein Charakter hier mehr E.P. und ich muss sie auch noch leveln, also von daher bleibt mir da nichts anderes übrig als zu spielen erstmal. Mal gucken, wenn der mich richtig abnervt, dann mache ich es natürlich gleich wieder zurück. Mal gucken. Aber erstmal muss ich hier laufen, 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 laufen. Oh, ja, 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 ja. Er hat mich schon gesehen, habe ich schon anvisiert. Und dann war es das schon wieder. Ich liebe es nicht. Äh, bitte was? Bitte was? Das ist ein MG42, hallo? Das schießt überall durch und killt auch alles, was dahinter ist. Wo ein... Mäh. Ja, ich werde auch gleich wieder rumhaten, gleich zu Anfang. Wir verlieren Ziel Baker. Einige Sachen gehen mir richtig auf den Zeiger, ey. Das zum Beispiel. Dieses Bekackte nach hinten schleichen und von hinten Leute weg schnippen, ja. Sackgesicht, ey. Der war das. Jetzt hat es fast noch geschafft. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich muss mal kurz eben ein bisschen beruhigen hier, keine Panik. Ja, so ist das eigentlich. Oh, da kommt einer. Nimm die Waffe da rein. Falsche Waffe. Oh, geht doch. Ich muss mal kurz kämpfen. Das ist doch ein richtig hartes Handcamper-Spiel. Wieso bin ich jetzt tot? Wieso bin ich jetzt tot? Ja, voll reingelödelt, aber nichts getroffen. Es ist ja auch ein bisschen doof für Vorräte eigentlich holen, weil hier ist das eigentlich ein abgesperrtes Gebiet hier so, ne? Wer verdammt Granate? Wir verlieren viel Charlie. Ich bin Pestgenagel. Wir erobern Baker. Das geht ab, der Verwoller kommt. Wo sind die? Da sind sie! Oh, verdammt! So. Mörserfeuer? Na. Ich muss es verteidigen erst mal. Ich will das Spiel jetzt hier gewinnen. Und ich möchte auch ein paar mehr Abschlüsse machen als sonst vorher immer, weil ich hab uns immer richtig auf den Sack gekriegt und das nervt irgendwann, ne? Das nervt irgendwann. Ja, dann werden sie mich hier eh wegschießen. Aber erstmal jetzt hoffentlich nicht. in der Luft. Spione am Himmel. Vorräte aufgefüllt und bereit. Granate! Verbündet das Vorratspaket. Granate. Wo zum Geier sind die? Wie sind wir zwei weniger? Ist viel schlimmer. Nein! Das ist irgendwo ein Sniper. Ich seh ihn einfach nicht. Boah ey. Oh. Achtung. Feindliche Gleitbombe im Anflug. Spur. Ey, wieso kippen die nicht um? Wieso kippen die nicht um? Was ist das? Würde ich verarschen oder was? Was ist das für ein Müll ey? Was ist das für ein Müll? Ohne Witz. Da muss ich mich mal gerade richtig aufregen ey. Das geht einem richtig auf den Zeiger sowas. Was ist da los alter? So ein Cheating Scheiß ey. Ich drödel da voll auf den rum und nichts passiert ey. Lass dich doch tot ey. Das ist doch unglaubwürdig. Das MG 42 Leute. Das schießt eigentlich alles weg. Ja jetzt schießt alles weg oder was? Alles klar ey. Ja, ja. Können wir immer alle. Feind drückt der Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Das schießt mich gerade nicht zu bewegen irgendwie. Aber es trotzdem. Aufgeräte aufgefüllt und bereit. Wir verlieren uns hier Charlie. Gleitbombe bereit für den Einsatz. Aufklärung in der Luft. Wir sehen eins. Nein. Alter wie schnell er mich wegschnappt. Einfach puff weg. Einfach puff. Puff weg. Wo bin ich jetzt hier? Wie bin ich in der Mitte hier? Ach als sie eingenommen wurde. Oh. Wir halten Charlie. Vorratskiste. Gib mir vor der Hände. Komm ich drauf. Komm ich drauf. Das schafft wir. Wah! Feindliche Gleitbombe auf dem Weg zu uns. Ja, so. Kurz früh gelacht. So, Gleitbombe. Ich habe auch die falschen Sachen mitgenommen hier. Gleitbomben und so, das bringt alles gar nichts hier in der Map. Echt getroffen. Ja, kein Wunder, dass ich nichts getroffen habe. Ja, ich habe auch die falschen Sachen mit. Leute, B ist very important. Attack B. Save B. Attack on Save B. Oh, warte mal, ich höre gar keine Falsche. Nein, Baker ist eingenommen. Oh, nein. Nein, nicht die Waffen wechseln. Oh, das geht mal auf den Sack, ne? Ich will nur die blöde scheiß Muni holen. Dann wechselt er einfach die Waffe, weil da irgendwo eine Rende im Runden liegt. Mega anstrengend. Springt er hoch jetzt. Keine Zeit für rumgekribbelt hier. Nein, er wieder. Da hinten hängt irgendwo ein scheiß Sniper oben und nervt mich ab. Wieso haben die jetzt alle Punkte eingenommen? Was ist los mit meinem Team? Was ist los? Oh, komm, nein. Nicht jetzt zum Ende hin, wo erstmal alles gut war. Jetzt kriegen wir wieder einen auf den Zeiger hier oder was? Auf den Sack meine ich. Es ist wieder... 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 Ja, dann müssen auch alle weg. Ah, shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Nein. Es wird noch ein sehr knappes Spiel hier. Eine sehr kleine, publige Map, die eigentlich im Design hier sehr cool aussieht, finde ich. Nein, hinter mir. Ah. Ich sterbe. Uh, nochmal. Ja, wie gesagt, mit der MG42 bin ich da halt komplett im Nachteil. Da kann ich halt nicht viel reißen. Dann bin ich sofort weg. Das funktioniert leider nicht. Nahkampf super, alles andere nein. Nehmt den Baker ein. Ordentlich gut wieder. Ich probiere es nochmal eben irgendwie. Ah, shit. Ja. Ich habe mir noch nicht mal richtig wahrgenommen, dass der da ist. Oh, da sitzen sie alle. Äh. Äh. Was? Was? Nein. Er snipert da einfach aus so einem Loch raus. Ich kriege die Krise. Jetzt nehmen wir alles ein. Lass das sein. Lass das sein. Team, komm. Ran, 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 ran. Oh. Nein. Ich weiß nicht, woher kam eben. Keine Ahnung. Oh, ist mir noch so knapp, ey. Jo, unter mir. Jetzt fange ich auf der anderen Seite an. Die ist irgendwie anscheinend beschissene anscheinend. Fange ich aufs anzufangen. Das sehe ich noch nicht gewonnen, das Spiel. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Nein. Jetzt sitzt er auch mal so ein scheiß Sniper wieder rum. Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krise. Komm nicht. Was ist das für eine scheiß Waffe, Mann? Man, wieso machst du einmal? Bing, 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 und bist tot, ey. Da kannst du überhaupt nichts machen, ey. Guckst du drauf auf der Wäsche und das war's. Nervt mega ab, gerade. Feindliche Bombe im Anflug. Feindliche Bombe auf dem Weg zu uns. Der ist mir mal jemand. Ah. Oh. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann da gerade nichts reißen. Ich bin nur dabei, hier die Punkte einzunehmen, wenn wir das irgendwie noch hinkriegen, zu gewinnen. Alles andere ist halt für die Cuts. Brauchst du halt nicht machen hier. Boah, das wird so knapp, ey. Ich seh auch nichts mehr hier. Hardcore-Vibes. Oh. Ah, wir haben gewonnen. Wuuu. Ja, endlich mal wieder ein gutes Spiel. Oh, hoffentlich die ganze Zeit aufgeregt hab, ey. Aber ich wollt endlich mal ein gutes Spiel kriegen. Ich wollt auch unbedingt diese scheiß Map gewinnen. Ah. Magger, ey. Der ist er. Da ist dieser blöde Sniper. Oder? Ist er unserer gewesen? Keine Ahnung. Naja, aber ich hab auf jeden Fall oft immer die Points gecaptured. Und, äh, ja. Und, äh, der Overwatch hab ich auch am meisten. Müsst du ja nicht irgendwo auftauchen, oder? Ne, brauch ich nicht. Was? Ich hab noch nicht mal hier MVP. Äh. Verteidigung 6, äh. Na, Verteidigung ist wichtig. So sieht's im Moment hier aus. Ja. Ach, 20 zu 27 Tode, ja. Erobert 9. Ich hab neun Eroberungen gemacht. Und ich bin nicht mal bei den MVPs mit bei. Was ein Mist. Ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir uns noch kurz die Waffe an. Wie gesagt, ist nicht perfekt. Es dauert noch richtig lange, die richtig Upgrade zu bekommen. Das dauert alles noch. Aber, nichtsdestotrotz. Man muss ja hier leveln. Und man muss weiterkommen. Ich muss mal Charakter leveln. Und man weiß ja halt. Man meint sich nur mal kurz zurück. Den Charakter muss jemand spielen. Weil, hier steht ja, äh, Lieblingswaffe MG42 steht irgendwie rechts hier. XP und noch was erhöht hier. Also, deswegen muss ich die spielen. Geht leider nicht anders. Und, ähm, ja. Ich hab's auch noch nicht fertig gelevelt. Die MG42. Da sind noch viele Sachen, die nicht fertig sind. Das, was ich, also wie ein gelber Punkt ist, das hab ich im Moment ausgerüstet. Man kann es so spielen. Muss es aber nicht. Das ist halt hier. Warte mal, was ist was Neues? Ist das was Besseres? Ich glaube nicht. Ähm, ja. Da sind einige Sachen hier noch nicht ausgerüstet, so wie sie sein sollten. Hat man noch nichts weiter angeguckt. Guckt im Internet, ob es das gut ist, was ich hier gemacht habe oder nicht. Das ist noch alles fraglich. Voll geladen. Maximal im Anfang, die Mission ist natürlich auch nicht schlecht. Naja. Das war jetzt das Spiel. Rumgehäte vom Feinsten. Sorry nochmal dafür. Ist halt so. Das ist halt Vanguard. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Danke für den Support.